Das war er, der Salzball zum 1-Zünden für das gemischte Doppel mit der Startnummer 1, Daniel Rinderer. Nach Absage vom eigentlich gemeldeten Supertop-Favoriten Alexander Flemming, der allerdings am nächsten Wochenende schon in London sein muss, um sich endlich den Weltmeistertitel im Klickball zu holen. Im Ping-Pong mit den blauen Sandpapierschlägern. Warum er gemeldet hat, ich weiß es nicht, aber jedenfalls kam die Absage. Also Daniel Rinderer an der Seite von Lea-Fahrt, soweit Ersatzball gegen Magdalena Höfele mit Partner. Den Rest dann als Stativaufnahme einfach suchen unter Rinderer-Fahrt. Höfele!